13, 18 hat sie hier auch natürlich, wir erwähnen, hervorragend bewältigt. Dann einmal Leo Dormann mit der Startnummer 15. 3, 2, 1, los! Auch der ist gestartet, sehr ernste Miene, der Rennfahrer. Jetzt die erste, was heißt das? Es hat sich an der Zeit hier, sich bei den Fans mit einem Handzeichen zu bedanken.